Der Traum vom Fliegen. Ich stehe hier in Schonach im Schwarzwald vor der Langenwaldschanze. Also der ideale Ausgangspunkt, um das Fliegen einmal selbst auszuprobieren. Los geht's! Ich kann euch verraten, die Langenwaldschanze hier in Schonach ist ganz schön hoch, wenn man hier zu Fuß hoch geht, aber so kann ich natürlich noch nicht springen. Was jetzt noch fehlt, ist die richtige Ausrüstung. Ich bin schon fast bereit, fehlen noch die. Eins, zwei, los geht's! Ich habe richtig Schiss. Und weiche Knie. Und die Hosen voll. Nein, das mache ich nicht. Die sind noch bekloppt, die hier runter gehen. Hey Stefan, ich habe eine gute Idee. Super Alternative mit der VR-Brille kann man da auch runterspringen. Ohne Risiko, einfach Platz nehmen und den Sprung genießen. Oh, alles klar, cool. Dann nehme ich dir deine Ski und du nimmst einfach Platz. Alles klar, cool, danke. Ich sitze auf dem Balken, der Langenwaldschanze. Alles gewohnt. Und die Ampel aufs Grün. Und Schieeeee! Die Fans, die jubeln! Oh mein Gott! Jaaa! Schanz und Rekord! Ich bin wieder oben. Aber war das schön. Der Traum vom Fliegen, er wurde, war für mich ein so tolles Erlebnis. Ihr müsst es ausprobieren. Informiert euch am besten auf der Homepage, die wir jetzt hier unten einblenden. Und probiert es einfach aus. Total geil! Bis zum nächsten Mal!